so kriegst du jetzt gerade ein steifen oder hat ich gehe mal ein bisschen weg bevor ich sterbe ich belebe dich mal kurz wieder es geht noch weiter ich glaube das musst du trotzdem so weit machen und so bist es bis ja ich bin aber keinem trinken ich bin tot nein das war wunderschön wenn du jetzt stirbst dann haben wir ein problem du bist tot zählt das nicht jetzt abgeschlossen obwohl wir gold ein können wir irgendwas anders machen erstmal nein dann mach mal du ehrgeiz ich bin ja immer eine runde fetten oder so ich hab'n Ball ne ich bin gefangen also bitteschön ey 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 was haben hund also du solltest das nicht essen oder hast aber lucky abgeleckt fuck man warum ich immer runterfallen muss warum muss ich schon wieder runterfallen dann ist nicht so dein so da wenn ich ihm nicht spawne ja dann muss halt was er spielen halt ja muss ich halt bitte spielen ja er muss jetzt irgendwie alles alleine ich krieg gar keine bälle mehr nicht wirklich jetzt noch höher wir haben es geschafft das war eigentlich relativ einfach ich nicht du bist jetzt level 24 bitte was jetzt hat sich die fünf level mehr als ich ja was ja ich bin 11 19 was wussten die ja keine ahnung da frage ich mir aber auch gerade 0 frage ich mich wo du echt die level hörst immer gleich ist wohl krass ey das machen wir auch in meiner hauptmission ja ja ich hab mir gerade noch mach das das würde vielleicht ein paar dinge erklären 30.000 abgehoben sogar mehr geld als ich da hat die ganzen bonis da unten gekauft der kreis oder hier habe ich noch eins ich habe kaum abcrete irgendwo zu den nissen ich kann heulen mama zora spielt unfair aber bekanntheitskratze in der sinken das ist auch gut jetzt habe ich gar kein geld mehr als wenn ich pleite das ist gut so aber ich kann schon wieder geld abheben leck mich also das ist ein tolles spielprinzip mich wills spiel mobben kann ich auch geld abheben? bestimmt nicht kann ich auch nicht kein spiel irgendwie den zertieren ganz schnell ja ich kann wieder tausend abheben hallo ist bevorzugt dich ja es kann nicht wahr sein ja der geiler ich hätte jetzt auch mal einen laden dass er mich nicht so wenig gemacht so ganz steiße scheiße 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 es geht noch nach zeit ja das ist das problem daran kann ich auch oh was war das vinalismus telekinese warte kurz auf dich ganz ehrlich ich kann nicht hacken vielleicht das telekinese ding starten ach leck mich ja ja warte warte ne warte falsche taste korb ja wow und danach geh mal straight zu der hauptmission ok würde ich sagen ich kann nicht ja muss man ein bisschen nachdenken das ist immer so blöde weil urzeit von mir und nachdenken ist immer so nachher ich war auf arbeit also zwei sahen die sich nicht die nie funktionieren werden das prinzip können wir jetzt langsam hier schon alles um lieben was geht und bringt auto um liebten keinen können dingen auch wenn es kaputt geht aber wenn du es kaputt machst dann macht es aber nachher gibt es noch ein abgehörter bist du resistent gegen expressionen und sowas und dann kannst du da einfach nur durchrennen mit der kugel man sieht sich das gar nicht mehr und da haben wir schon gold auch so gut so aber man weiß nicht richtig denn geht es einfach gut gut ja das stimmt ab langsam arbeiten wir alles ab und ich bin level level 20 ich bin noch 4 wo ist die hauptmission du 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 ich hab ich bin der werbung kann nicht upgraden was ist das für scheiß wie dich zum übungsprogramm gibt es also 2900 meter weit entfernt hoffe ich dahin und sammeln nebenbei nach der datensammlungen das kannst du machen warum auch immer mir das ziel nicht mehr angezeigt wird ich will unter aufträge ich kann den gucke ich mal ob ich irgendwelche datensammlung finde ob sie da irgendwo eine eben gesehen oder doch gehört aber da oben ob es datensammlung soll meist mehr wenn du irgendwo seine am haus oder irgendwo in der wand halt zum claus leuchtendes ding sie ist das hat so nach datensammlung aussieht da muss einfach mit diesem mit der f1 dass sie mit diesem schießen also drauf ballern kommen da drei stück raus das ist mir neu ja muss mit den fähigkeiten auch ein bisschen was machen ja das mit telekinese balkon die habe ich habe ich ja schon gemacht ja ich meine dass er mal was auf dem boden oder an der wand war das habe ich auch schon mal gesehen aber ich wusste nicht dass ich dachte es kommt nur eine fähigkeit kommt noch eine fähigkeit eben dass das auf dem boden kaputt machen kannst also so ein stammverteiler genau boiler oh nein button los ich weiß nicht ob es den sensor 3 auch schon gab aber ich glaube schon genkis meint over murder ach ja das mit der genkis war abschießen ne und bloß nicht den einen abschießen und mann nein das ist und von der lese die richtigen gegenstände durch das richtige ding schmeißen ja aber es gibt auch das was du meintes gibt es auch ja das war's diese professor genki diese pinken das sind die schwersten einer sollte sich auf diese dinger fokussieren durch finden muss die als suchen das meinten schwer guck ich halt ob ich die schnell finde ich schmeiß autos durch die autos also auto wie man das durch die auto dränge und menschen durch die menschen ränge 1 30 schafft man warte warte spiel warte doch mal röckel kreischt mein kopf ah der fahrer 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 das letzte fahrer 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 jetzt weiter das soll das ist aber auch nicht mehr auto 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 wo es ja auch durch menschen doch die karte nur noch menschen aber ich habe gemacht verstehe das nicht als erfreundlich die kreis das ist gut wenn du es immer verstehst ja ich brauche autos 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 hier ist ein auto noch mal ein auto hier ist ein kopf ja ich brauche aber ein auto fick dich ich habe ein kopf da ist ein bisschen auto ich nehme den kopf mit nimm dir an braucht mich das was sind aber nachher viel schwieriger scheiße das halt für gold was so gut haben wir das auch geschafft haben ja das gibt jetzt auch überall und doch nur nirgendwo erhungenschaft die zwillingszains das ist da ist das ist nicht